Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Matilda Genau, wir spielen Seven Days to Die und jetzt ist die Nacht der Nächte Kann ich noch Stacheln bauen? Nochmal so 10 Ja, 10 machen wir mal schnell Ich hab auch noch 15 Auch wenn wir es jetzt nicht brauchen, dann mach ich mir noch die restlichen Federn, die ich habe Jetzt konnte ich gar nichts mehr pflanzen So Teile ich die Stacheln noch? Ne, ich verteile sie Die Frames lassen wir so stehen, wie sie sind Hier vorne noch ein bisschen Ja Okay Dass wir hier noch eine zweite Reihe haben Ich hab noch 7 Ähm Habe ich auch noch 4, 3, 2 Ah, wir kriegen Versuch Die Frames lassen wir mal so Frames lassen wir so, bis wir oben sind Die letzten pack ich nachher hin So Bleibst du weg von unseren Stacheln Bleibst du weg von unseren Stacheln, wir müssen die Nacht überleben Da Goppschus Goppschus Ich seh gerade, ich hab nur 150 Pfeile Scheiße Ich hab 177 Federn sind oben, bau dir welche Oh, die sind auch wieder Federn Ist das doch gut? Jo So Dann geh ich jetzt hoch Mach das Nicht in die Stacheln fallen Uah Ey, mach mir jetzt hier keine Angst, du Ach so Oben sind noch Pfeile Also Federn Ja, war für eine Kiste Ne, das war die Topfpflanze Oben beim Schlafzimmer, Mensch Ja Ja, ich weiß, aber die Topfpflanze ist irgendwie neben der Kiste Wo ist diese scheiß Kiste? Da ist die Kiste Ach, du hüpfst da rum Ich überlege schon, wir hüpften da rum Wer ist denn das? So Da hinten ist noch ein dicker Noch so ein Tourist Es ist 20 nach 9 Hm Wolltest du nur, das ist er Ah, den krieg ich noch ganz schnell So Genau Was nehm ich denn? Ah Stöpst du jetzt endlich mal? Okay So, ich komme jetzt Nicht rum Kann ich da zufällig Schade Wäre auch zu schön gewesen, wenn man eine Taschenlampe an den Bogen hätte machen können Geht nicht? Mann Äh, der andere Dann braucht man wahrscheinlich eine extra Taschenlampe Der andere vor allem ist ja in der Luft, ne? Ich weiß nicht, ob der hält, wenn ich den wegnehme Ich weiß nicht Äh, warte Das Jagdgewehr, so und ich wollte mir noch mal einen Schuss mitnehmen So, haha Halt, warte, die Kreuzel Oh Gott, das ist ja schon viertel vor Ja, ja, geht gleich los Machen wir schnell trinken und essen Stress, ey Stress, Stress Stress Habe ich Hunger, habe ich Durst? Habe ich Hunger, habe ich Durst? Aber siehst du, was zu trinken Äh, na, Hunger habe ich Tink, 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 tink Ah, freigemacht So, schnell noch was trinken Oh mein Gott Es geht los Es geht los Ich will noch eine Stachel unten hinsetzen Komme ich da von oben ran Jawohl Ah, cool, man kann von oben hier Stacheln nachsetzen Richtig edel Ah, Seite Oh mein Gott, gut, dass ich hier hinten noch Frames hingepasht habe Sie laufen seitlich, die Schweine Die, äh, weiß nicht, wo die hinwollen Weiß ich es auch nicht Hängen auf jeden Fall hier an der Ecke Ist eine Massenwanderung da Ich weiß es nicht Die laufen da mitten durch die Stacheln lang Die rennen hier einfach die Meni Stacheln weg Ah, ich treffe nicht Warte mal, ich hab ja gesagt, die können die Stacheln nachbauen, ne Bauen wir die restlichen Stacheln Ja Ey, es kommt noch mehr, es wäre Hammer Man kriegt die kaum getötet, ey Schweine Die rennen einfach weiter Die rennen einfach ins Haus Was soll das? Krass Ey, die machen gezielt die Stacheln weg, ne? Ja Was für die Arschlöcher Jetzt haben wir noch ein paar Jetzt setze ich einfach neue hin, so Und schon umgekippt Guck schon Ja, jetzt kann ich da keine hinsetzen, oder was? Schweine Wir sind auch zu schnell Oh, kacke Sag bloß, die sind oben Da war ein Frame weg Ja, hab mich Sag bitte nicht, die sind oben Nein, hinten war ein Frame kaputt Ich bin runtergefallen Wir haben einfach ein Frame abgeschlagen Scheiße, ey Ja, Scheine auf dem Bett Jetzt haben wir keinen Reservebogen Oder so, ne? Ja, aber wir haben Ja, ich hab kein Holz Ich hab kein Holz Meine Ressourcen sind ja da unten Ähm, ich nehme jetzt einfach mal An die Pestole 50 Schuss Überhaben Und dann versuche ich da In meinen Rucksack zu kommen Schweinebande Echte Schweinebande Und die Nacht ist noch gar nicht vorbei Ein Frame, ja? Diese Frames sind scheiße Ja, nur die Frames, ja Ich komm nicht an meinen Rucksack Kacke Kacke Und da vorne haben wir keinen Platz mehr Scheiße, scheiße, scheiße Kannst du mir Frames geben? Äh, nein Kein Holz mehr? Richtig Ah, hier in der Mitte sind Frames Ich spring da jetzt nochmal runter Oh Gott Will in den Rucksack Hüpfen? Hüpfen Ich kann hier nicht hüpfen Was für eine Scheiße ist das denn hier? Warum kann ich hier nicht hüpfen? Ah, da ist das Dach, oder was? Macht mir dieses Dach da kaputt, oder was ist da oben? Wiesen Stein Ich brauche es weg Ich habe hier keinen Platz zum Bewegen Ach, jetzt geht es irgendwie Okay, brauchst du nicht mehr hacken Ja, das ist trotzdem Okay, ich glaube Ich bin wieder da Gott sei Dank Ich mache erstmal die Frames hier provisorisch Ja Und ähm Orientiere, äh, baue mich mal wieder hier So ein bisschen Halla, die Waldfee So Mann, Mann, Mann Frames behalten wir gleich drin Aber wer weiß Vielleicht haben wir jetzt hier tatsächlich schon Was hinter uns Schön wär's Das war ja heiß So, ich verstärke hier gleich mal die Holzdinger wieder Oh, ich hab kein Holz mehr Einer hab ich verstärkt Gut, dass ich hier doch auch nicht alle Frames ausgearbeitet habe Ja, irgendwo hier am Hügel hängen sie Ähm, ja, ich glaube wir brauchen unbedingt Gräben um Ich weiß nicht, ob die Die Gräben weiter ausschlagen würden Das weiß ich nicht In der alten Version hätten sie es gemacht Ja, aber jetzt springen die irgendwie Ja, jetzt springen sie ja rüber Da konnte man wirklich hier so schön graben Einmal graben, ja Erstmal würde ich einfach zwei Feld Ähm, tief machen und zwei Feld breit Und einfach Stachel reinpacken Und wenn sie die weiter kaputt schlagen Dann werden wir die einfach mit Cottelstone aufwerten Weil da helfen sie uns ja auch ein bisschen Und müssen wir ja nicht sofort machen Diese zwei, einmal hier um die Basis rum Und zwei graben, äh, zwei tief und zwei breit Das ist schon mod-mäßig Arbeit Oh, ja Ich hab noch Nachtrot-Erfahrung Darum, da sind sie, Mann Ey Geht erst in 26 Minuten weg Arschlöcher Die sind ein Frame Ich hab ihn nicht gesehen Weil die Frames sind so durchsichtig Das ist meistens Ja Wenn einer fällt, dann fällt das auch nicht so richtig auf Das stimmt Na, hier Das sieht Ich hab den Frame mal weggenommen Der sieht aus, als ob er noch da ist Ja Hier, zack Jetzt lauf nicht drüber Nein, das war ein Beispiel Und da ist ja noch was Ah, nur ein Beispiel Oh, hier ist ein Pfeil Ah, es ist echt hart, dass sie echt die ganzen Fallen ablaufen Das ist brutal Also früher war es so, die haben sich eine Seite ausgesucht Manchmal zwei, wenn sie, äh, wenn sie, äh, Hardcore waren Oder sind manchmal einfach dahin gelaufen, wo wir standen Und die haben echt die eine hintere Reihe, die, äh, Reihe Die andere haben sie ignoriert Ja Ähm, dann machen wir es lieber so Die hintere Reihe, die wird dann zwei hoch Ja Ja, und sobald wir wirklich groß im Eisenabbau sind Und die da die hintere Reihe so angeplast haben Können wir da Eisen schon bedanken Dann gönnen wir uns das Und runterschießen, ja Ne, ich meine statt, äh, diese Holzspitzen, Metallspitzen Achso, Metallspitzen Also Eisenspitzen Iron, äh, Spike Traps Genau, Iron Spike Da brauchen wir vier geschmiedetes Eisen für Ich guck mal, ob man, wenn man das hier Holla die Waldfee Stacheldraht braucht nur 38 Eisen Ja, geschmiedetes, äh, das können wir dann wirklich erst machen, wenn wir groß in der Eisenproduktion drin sind Vorher nicht Mass 5 Hitpoints 33 Wie viel, ich baue mal einen Stacheldraht Ich will mal kurz wissen, wie viel Damage der macht Dennoch so ist wie früher Also wie gesagt, diese Blade Trap macht, äh, overhitpoints Hitpoints Ich weiß gar nicht, was Hitpoints ist Masse minus vier Wie zu massig? Wo sieht man Damage? Naja Hier meine Aus-, meine Gesundheit ist durch diese Nahtodelle Ja, minus zehn, ne? Ah Ich war auch schon bei 110, glaube ich, auch Wie den Faktor nochmal? Kann ich nicht Ausdauers, glaube ich, aber auch niedriger, glaube ich Genau, Ausdauer, Stärke Alles um eins, äh, gesenkt, ihr Schweine Ah, noch elf Minuten bei mir Puh Aber ich glaube Ja, du glaubst Dass, dass mit der Zombie-Welle Soweit erstmal war Würde mich freuen Ja Ach nee, halt Dies Licht Die Nacht ist ja gleich vorbei Wir haben es überlebt Ja Weiß nicht wie, aber wir haben Äh, das Problem ist, unser Haupteingang können wir nicht mehr nutzen, ne? Da sind überall Stacheln unten Oh Oh? Was denn? Oh Geheimer Raum, oder was? Ja Nee, das ist einfach nur so ein geheimer Gegenschlag Kann man nichts nehmen Nee, das habe ich auf dem Zug schon mal gefunden Vor allem ja mal ein bisschen auf, dieser Müll, das ist ja nicht schön Nee, das sieht echt scheiße aus, so, ne? Aus wie bei den Hippies hier Ich denke Das bochenes Glas auf dem Boden muss ja nicht Das muss ja nicht sein Ich habe auch schön mit dem Kamin hier in der Ecke Die kaputte Lampe lassen wir mal da Die auf dem Boden Naja, ich wollte die eigentlich auch schon weghauen Bringt ja Licht Ja, nee, noch ist da ja Licht Noch brauchen wir das Licht Hier den Schrank, den haue ich mal Oh, da ist ein Koffer gewesen, den ich gerade zerstört habe Scheiße Auch ein verwetterter Rucksack Drei Glas zwar nur, aber da ist was drin Da kommen noch schöne Schränke hin Ja So Ja, die Nacht ist zu Ende War ich das kaputt? Unsere erste rote Nacht haben wir überlebt Ja, ich überlege gerade, wie man hier am klügsten jetzt runterkommt Ich springe hier einfach runter Und hinten da, wo sie kamen, mache ich jetzt mal ein paar Frames hin Oh, da sind nicht so viele Geronimo Nein, ah Hier fehlt ein Frame Oder zwei sogar Echt, hier alles einmal abgebaut Dieser Schweine, ey Oh, Pfeile liegen hier auch noch auf dem Boden Die Gegenstände, die sie verloren haben, die sind schon weg Die haben Gegenstände verloren? Ja, hier war ein Rucksack vorhin von denen Da habe ich noch Frames Da habe ich noch Frames Nehmen wir die Oh, ein paar verirrte Pfeile kann man hier noch aufgeben Oh, die haben einige Steinblöcke kaputt gehauen Ach, komm her du Pfeil Die müssen wir wieder reparieren Die müssen wir ersetzen Äh, hier die Holzsäulen haben sie auch abgeschlagen Ja, ersetzen und vielleicht wirklich verstärken auch Oh, hier hinten haben sie alles weggehauen Oh, und die Autos sollten wir auch wegmachen Weil es geht nicht so, dass wenn die so krause hacken werden Dass die Puff machen Ach, sie explodieren? War das nicht so früh? Ist das immer noch so, ja? Ich glaube ja Dann, ähm, mache ich mal ein Auto weg Das wäre blöd Hier, Kühler und so, brauchst du das? Äh, das kannst du zerlegen Das ist Messing Ne, ich meine für die neuen Fahrzeuge Ich weiß nicht, wie auch man über die baut Ähm, ich brauche Eisen erst mal Mist, ich brauche Holz, damit ich wieder hochkomme Aha Ja, auf der anderen Seite habe ich, äh, welche, äh, hier Frames gebaut Ah Warte, ich kann erst mal ein paar So, Autos sind weg Sehr schön Es ist immer recht dunkel, ne? Hm Hatten wir um die Uhrzeit schon mal heller Ja Ja, ich glaube die ganzen Holz Die können wir abgelocken Da muss Cottelstone hin oder so Hm Jetzt setze ich auch gerne langsam echt mal heller, damit ich was sehe Ja, schade, dass sie uns nicht, ja, die Rucksäcke da gelassen haben Also normalerweise Bei der blutroten Nacht war es auch immer gut Ähm, die Zombies, wenn sie was gebracht haben Gab es meistens Konditionen oder so einen Scheiß Ah, hier die, die Bäume, die wir gepflanzt haben, sind zu nachfändig Wir sind weg Ja gut, also, ihr Lieben Das war unsere erste Blutrotenacht Ja Dann ist das Video halt auch ein bisschen kürzer Aber ist ja nicht so schlimm So, Gesundheit Oh, meine Güte Jetzt hast du es Jetzt habe ich es Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß Haut rein, bis zum nächsten Mal Ah ja, abonnieren nicht vergessen Ciao Tschüss